Ich lerne Deutsch. Nummer 12569 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Ich wähle dich. Du schaffst es. Du hast mich überzeugt. Eine flexible Planung ermöglicht die Anpassung an neue Gegebenheiten. Eine flexible Planung ermöglicht die Anpassung an neue Gegebenheiten. Beim Schachspiel ist es wichtig, die Züge des Gegners vorauszusehen. Beim Schachspiel ist es wichtig, die Züge des Gegners vorauszusehen. Benutzt du oft den Backofen, um etwas zu kochen? Benutzt du oft den Backofen, um etwas zu kochen? Hier kann ich in Ruhe lesen. Es kommt niemand vorbei. Hier kann ich in Ruhe lesen. Es kommt niemand vorbei. Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Patienten. Habe ich ihn richtig behandelt? Habe ich ihn richtig behandelt? Möchtest du diesen Weißwein probieren? Er wird in unserem Dorf hergestellt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.